Wir dürfen weitermachen. Wir haben den Ninja-Stern. Und immer noch die 12 Stäbchen. Ich bleibe noch einen Tag. Freiwillig, wohlgesagt. Warum? Das frage ich mich auch. Nein, ich möchte sicher sein, dass meine Verletzung mich nicht daran hindert, gut zu laufen. Und ich brauche auch etwas Ruhe. Meine Lunge wurde getroffen. Schwarz-Weiß fliegt schon durch die Gegend und macht Faxen. Hahaha. Die Sonne wird sich durchsetzen. Ein wunderbares Essen gibt es jetzt. Genussvoll werden diese Nudeln gegessen. Alles, was wir machen, machen wir in slow motion. Straf dich, Alter. Ja, wir müssen das Tempo rausnehmen. In allen, in allen, was wir tun. Die Bäume fragen sich, warum wir immer so rennen und dabei nur älter werden. Ha, 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 ha. Ein starker Wind. Ein starker Windregen meldet sich. Wir haben schon so eine wunderbare Technologie. Aber sie kommt bei den Armen nicht an. Wo staut sich denn alles? Wo staut sich denn alles? Wisst ihr denn nicht, dass, wenn es überläuft, es schon zu spät sein wird? Ha, ha, ha. Gusi, gusi. Warum schreibst du das? Keine Ahnung, Digga. Ich lasse mein Stift einfach gleiten. Wir geben alles. was wir haben. Weil wir wissen, dass es von ihm kommt. Zu nice, Digga. Zu nice. Gute. 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 Gute.